Laut Bibel bin ich keine Hündin. Doch, schreib mal mit nackt. Kannst du draufschreiben? Eine Hündin ist keine Beleidigung. Eine Hündin ist keine Beleidigung. Merkst du eigentlich, was für Schwachsinn du da erzählst? Darf ich dieses Wort laut predigen? Welches Wort? Das N-Wort. Nein, also ich persönlich finde, das eine Wort sollte man nicht sagen. Aber ist der, dass dieses Wort in 2000 Jahren rassistisch sein wird, ne? Ja. Wieso hat er es gemacht? Ähm, Gott hat das nicht gemacht, sondern wir Menschen haben das gemacht. Aber Gott hat das Wort erfunden. Ich wollte gerade die Stelle erklären, warum das halt, ähm, komisch gemacht haben. Benita, du kanntest gerade die Stelle nicht mal? Und jetzt willst du sie erklären? Ja, also weil ich... Wie weil ich was? Aus deinen eigenen Gelüsten heraus? Als ob wir das nicht selber wissen, ja? Jemand, der eine dunkle Haut verarbeitet, kann die nicht wechseln. Ja, okay, wow. Ein Wunder, ein Riesenwunder einfach ist jetzt passiert. Das wissen wir selbst. Hier wurde eine Analogie benutzt, um etwas zu verdeutlichen. Du hast gerade selber gesagt, so Metaphern gesprochen, ja? In Gleichnissen wird gesprochen. Das macht Jesus zumindest in der Bibel oft. Du sagst, dass hier wurde auch ein Gleichnis benutzt. Meinetwegen sage ich, okay. Weil wir haben ja gesagt, die Grundmessage dieses Ganzen ist ja was? Okay, alles gut. Ich glaube, wir haben das Thema. Wir machen einen Punkt dahinter, denke ich. Das Ding ist, weil manche Sachen... Benita, wir machen das Thema zu. Wir machen das Thema zu. Ja, aber ich wollte noch kurz was dazu sagen. Ich bin noch gar nicht richtig zu Wort gekommen. Eine Sache ist, die auch viele falsch verstehen, ist das. Also, es war sehr unehrlich, ja? Also, ich habe das gerade bisher mitverfolgt und es gibt Argumente, die in Debatten gesagt werden, die stimmen natürlich, aber... Lästere bitte den Heiligen Geist. Sag, der Heilige Geist ist ruhig Quatsch. Was? Du bist doch ein Muslima. Sag, der Heilige Geist ist Quatsch. Hä? Bist du Shiitin? Warum fragt ihr mich, ob ich... Ist Aisha oder die Allahu Anha deiner Mutter? Nein. Ja, bitte schön. La nacht Allah, geh raus. La nacht Allah, wirklich. Ekelerregend, wie du lügst. Dass mit Recht und Wahrheit... Dass mit Recht und Wahrheit... Niemand angebetet werden darf... Niemand angebetet werden darf... Außer Allah... Außer Allah... Und ich bezeuge... Und ich bezeuge... Dass Mohammed... Dass Mohammed... Sein Diener und Gesandter ist... Sein Diener und Gesandter ist... Ich bezeuge... Ich bezeuge... Dass Jesus... Dass Jesus... Sein Diener und Gesandter ist... Sein Diener und Gesandter ist... Nochmal auf Agrabisch, Inshallah... Ich bezeuge... Ich bezeuge... An la... An la... Illa... Illa ha... Illa ha... Illa Allah... Illa Allah... Wa ashadu... Wa ashadu... Anna... Allah... Muhammadan... Muhammadan... Rasulullah... Rasul... Allah... 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 Untertitelung des ZDF, 2020